Sie haben eine Panne und brauchen Hilfe? Keine Panik! Machen Sie die App Vaudois Assistance auf und klicken Sie in der Startansicht auf die Schaltfläche «Assistance and Fragen». Bestätigen Sie Ihre Angaben, orten Sie Ihre Position, beschreiben Sie Ihre Panne. Et voilà! Ein Pannenhelfer macht sich gerade auf den Weg zu Ihnen. Sie können seine Fahrt sogar in Echtzeit mitverfolgen. Ist keine Reparatur vor Ort möglich, wird das Fahrzeug bis zur nächsten Garage abgeschleppt. Sie kommen dann sofort die Adresse der Garage über, wo Ihr Fahrzeug hergebracht wurde. Wenn Sie uns Bemerkungen oder Anregungen zu diesem Pannen-Einsatz geben möchten, können Sie diese gerade in der App hinterlassen. Vaudois Assistance. Gemeinsam erreichen wir mehr.